Einen schönen guten Ormond. Es ist jetzt Montag Ormond, viertel vor elf, bin draußen auf dem Balkon, liege auf der neue Liege, die heute kommen ist. Ich habe mal überlegt, ich tue die Nacht halt mal draußen schlafe, also ich probiere es mal, weil im Schlafzimmer ist es ja noch ganz schön heiß und da auf dem Balkon sind es immerhin noch angenehme 25 Grad. Also die 25 Grad draußen sind auf jeden Fall angenehmer. Ach, wenn es im Schlafzimmer noch 25 Grad wäre. Jo, die Liege, auf der ich jetzt leihe, die habe ich mal bei der Ebay bestellt, die hat knapp 82 Euro Kosten mit Versand, ist aus Rattan und jo, die zeige ich vielleicht auch noch, wo gucke. Also, gute Nacht. So, das ist jetzt das gute Stück. Die Rattan Sonnenliege, Gartenliege von TecTec Deutschland. Aktueller Preis 78,99 Euro für Mixed Braun, die Farbe, die ich habe. Ich habe eine 80,99 Euro bezahlt, also 3 Euro mehr, anscheinend ist das schon SSV. Es gibt verschiedene Ausführungen, Schwarz, Mixed Braun, Grau und Antik. Jo, so sieht das ganze Ding aus. Da ist noch eine Kiste dabei. Schau mal hier die technische Date, Ringgescrollt, von die Maße her, also das Ding ist auch belastbar bis 150 Kilo, hält mich also aus. Das hier ist die Aufbauanleitung von der Liege, besteht aus zwei Seiten. Jo, es sind Schraube dabei, schön bebildert, wie man das Aufbauen muss, schon ungefähr für den Aufbau 12 Minuten gebraucht, allein. Jo, wird von GLS geliefert, die Liege, als 10 Kilo Paket. Und, ihr zahlen euch fest, es wird sogar Werkzeichen mitgelevert, ha, da können wir, schaffe und aufbaue. So, da sehen wir, das gute Stückchen ist mal aufgebaut auf meinem Balkon. Ich finde, es macht einen guten Eindruck, sieht schön aus mit dem Schwarz-Braun da, also mir gefällt es. Jetzt mal ein bisschen umgeschwenkt, ich finde es auf die andere Seite geschoben. Jetzt ist die Kopfstütze, das Rücketeil ist jetzt runtergeklappt. Das Ganze kann man natürlich anheben. Und hier hinten ist so ein Bügel mit vier Verstellmöglichkeiten. Ich mache es jetzt mal gerade auf die stärkste Position, also dass man doch ziemlich gerade sitzt. Wie gesagt, man kann es in vier Sachen verstellen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen weiter runter, dass man ein angenehmer Laie tut. Kisse ist auch noch dabei. Das ist jetzt so, ich würde sagen, ein anthrazitfarbener Bezug. Mit einem Klettband. Das kann man dann oben am Kopfdell festmachen. Alternativ gibt es auch noch ein beiger Bezug für das Kisse.